ARD Text im Auftrag von Funk Bist du deppert! Er ruht dazu. So, da muss man die Schrauben hin. So, ist es ja nicht. Wieso wuschelt denn der so? Was willst denn du da machen? Da haben wir halt etwas, was genau drauf passt. Woanders auch nicht, oder die andere? Ah ja. So. 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 Das ist bei einer da auf. Machst du die Schraube nicht gut. Ich komm mal palackieren. Ich komm mal palackieren. Ich komm mal zoomen. Wo ist der Schraube? Wo ist der Schraube? Da war er. Wie ist er? Verbiegt sich. Ist es vielleicht in der Falscherechtung? Nein. Nicht. Das bewegt sich gar nichts. Der hat sich festgefressen. Und das ist ein bisschen zu groß. Und da ist irgendwie die Schraube kaputt. Da braucht man etwas, was genau drauf passt. Hast du Angst, dass ich probiere? Wie soll das denn tun? Ja, das muss ich auch nicht fehlen. Das ist mir so zu kurz. Da hat man keine Kraft. Ja, du musst draufsteigen. Das muss jetzt schon wenig sein. Das ist schon eine Hunde, das ist schon eine Hunde. Und die ist auch schon fertig, oder nicht? Nein. Jetzt noch. Das ist nicht. Das ist genug jetzt nicht. Aber für das 30 Euro lassen. Woanders. Bei mir auch. Das ist nicht. Ich habe eine Fähne gefahren. Ich bin 4 Jahre alt. Ich bin 50 Euro. Ich bin 60 Euro. Ich bin 50 Euro. Ich bin 40 Euro. Das war's. Das ist zu. Achso, das ist zu. Ja, genau. Das war's. Das war's. Warum ist die alles locker, die drei und die erste, die einzige war so hart? Die hab ich ja auch gesorgt. Ich hab sie gar nicht so locker vorher. Ja, aber die andere, meine ich, die letzte. Ja, weiß ich nicht. Ja, das ist halt. Ja, das ist halt. Und das gehört dort in Zins. Ja, das gehört drauf auf dem Staub. Ja, aber wenn man nicht so viel Staub, du musst das aufheben. In Zins muss das aufheben. Da ist so viel Staub. Ja, das ist halt so viel Staub. Ja, da bin ich noch kein Klima, da kann sie das machen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020